Hallo, ich bin Sarah vom Thalassemie-Team. Wir von Take Part Media & Science haben dieses Projekt zusammen mit dem Thalassemie-Experten Professor Kario und der Hämatologin Dr. Milani entwickelt und wir veröffentlichen alle zwei Wochen donnerstags ein neues Video zum Thema Beta-Thalassemie. Dieses Video ist genau richtig, wenn ihr wenig oder gar nichts über die Thalassemie wisst, denn hier geben wir einen kleinen Überblick über das Krankheitsbild, Ursachen, Symptome, Begleiterkrankungen und auch Behandlungsmöglichkeiten. Wenn euch das Video gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. Wissen Sie eigentlich, was Thalassemie ist? Thalassemie. Thalassemie. Noch nie gehört, nee. Weiß ich nicht. Noch nie davon was gehört. Keine Ahnung. Ich denke, Sie klären mich jetzt auf. Was ist das? Thalassemien sind Erkrankungen des roten Blutfarbstoffs, die letztlich zu einer Blutarmut führen, aber auch viele andere negative Auswirkungen auf den Körper haben können. Thalassemie ist eine chronische Erkrankung und wird vererbt. Menschen, die Thalassemie haben, werden also damit geboren und wahrscheinlich auch ihr ganzes Leben lang davon begleitet. Unbehandelt bekommen Menschen mit einer schweren Form der Thalassemie schon als kleine Kinder gesundheitliche Probleme. Ich bin immer ohnmächtig geworden, weil ich einfach schon so geschwächt war durch die Blutarmut. Ich konnte keinen Kindergarten besuchen und war also wirklich schwerst krank. Die Symptome beginnen mit Müdigkeit und Blässe. Später kann es zu schweren Begleiterscheinungen kommen. Zunächst treten Entwicklungsverzögerungen, eine vergrößerte Leber und Milz sowie Knochenverformungen auf. Dann können Herzprobleme, Diabetes und andere Hormonstörungen oder auch Osteoporose hinzukommen. Wo kommt die Thalassemie vor? Thalassemie wird umgangssprachlich auch Mittelmeeranämie genannt, weil sie in der Mittelmeerregion verbreitet ist, wie Italien und Griechenland. Sie kommt aber auch im Nahen und Mittleren Osten und in Teilen Afrikas und Asiens vor. Hier in Mitteleuropa sind diese Erkrankungen erst durch Migration sozusagen heimisch geworden. In Deutschland etwas später, so Ende der 1960er Jahre, als die ersten vielen Gastarbeiter aus Südeuropa nach Deutschland kamen. Mittlerweile gehören die Thalassemin auch hier zu den häufigsten Blutkrankheiten bei Kindern und Jugendlichen. Wir haben für Deutschland leider keine genauen Zahlen, wie viele Patienten hier leben. Es gab eine relativ gute Erfassung der Zahl von Patienten vor inzwischen schon etwas mehr als 20 Jahren, als eine sehr umfangreiche epidemiologische Studie dazu in Deutschland durchgeführt wurde. Damals ging man von einer Zahl so von knapp 300 Patienten mit einer schweren Thalassemie aus, also einer Thalassemia Major, heute denken wir, dass wahrscheinlich etwa 500 Patienten oder 600 Patienten mit dieser Erkrankung in Deutschland leben. Von den leichten Formen und der sogenannten Thalassemia Minor, also dem Trägerstatus, denken wir, dass etwa 200.000 Menschen in Deutschland leben. Thalassemien werden zunächst in zwei Bereiche aufgeteilt. Alpha- und Beta-Thalassemie. Diese Aufteilung kommt daher. Der rote Blutfarbstoff wird Hämoglobin genannt. Er ist in den roten Blutkörperchen enthalten, die im Knochenmark gebildet werden. Das Hämoglobin trägt den lebensnotwendigen Sauerstoff aus den Lungen in alle Bereiche des Körpers. Hämoglobin ist normalerweise aus vier Eiweißketten aufgebaut, von denen jeweils zwei gleich sind. Sie werden als Alpha- bzw. Beta-Ketten bezeichnet. Außerdem enthält das Hämoglobin noch Eisen, das für den Transport des Sauerstoffs zuständig ist. Bei den Thalassemien werden die Eiweißketten nicht oder nicht ausreichend gebildet. Je nachdem, welches Eiweiß betroffen ist, unterscheidet man Alpha- und Beta-Thalassemien. In Deutschland häufiger und aufgrund der Schwere in der Regel auch relevanter sind die Beta-Thalassemien. Bei der Beta-Thalassemie werden also die Beta-Globin-Ketten nicht ausreichend gebildet oder fehlen ganz. Dadurch können sich weniger oder keine Hämoglobin-Paare bilden und somit werden die roten Blutkörperchen kleiner und weniger. Das Resultat ist eine Blutarmut, durch die der Körper mit zu wenig Sauerstoff versorgt wird. Nun gibt es verschiedene Schweregrade der Beta-Thalassemien. Klassischerweise teilt man sie in Minor, Intermedia und Major ein. Die Major-Form, auch Coulee-Anämie genannt, ist die schwerste Form. Sie entsteht, wenn beide Eltern den Gendefekt an ein Kind weitergegeben haben. Bei der Major, der schwersten Form, muss man den Betroffenen regelmäßig, in der Regel so alle drei bis vier Wochen, Blut ersetzen. Unbehandelt entwickeln sich schwere Knochenverformungen. Diese Kinder haben eine große Infektneigung, sind schwach, können sich nicht all das entsprechend entwickeln. Und bis in die 1960er Jahre sind ganz viele von diesen Patienten in den ersten Lebensjahren verstorben. Die Thalassemie-Intermedia ist eine Zwischenform. Menschen mit dieser Form haben die defekten Gene ebenfalls von beiden Eltern geerbt. Ihre Symptome sind meist nicht ganz so ausgeprägt wie bei der Major-Form. Und sie brauchen nur gelegentlich Bluttransfusionen. So dass die oft nicht gut erfasst werden über das Gesundheitssystem. Bei der Thalassemie-Minor hat der oder die Betroffene nur ein defektes Betaglobinketten-Gen von einem Elternteil geerbt. Der andere Elternteil hat ein funktionstüchtiges Gen weitergegeben. Menschen mit einer Thalassemie-Minor, auch Merkmalsträger genannt, haben meist gar keine bis eher milde Symptome der Blutarmut. Offiziell gelten Menschen mit der Minor-Form als gesund und brauchen in der Regel keine Behandlung. Jedoch können sie die Thalassemie weitervererben. Wenn beide Eltern Träger sind für die Thalassemie, also beide Eltern haben eine Thalassemie-Minor, dann besteht zu 25 Prozent die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind von beiden Eltern die Mutation erbt und eine behandlungsbedürftige Thalassemie hat, also eine Thalassemie-Major oder auch Intermedia. Zu 50 Prozent wird das Kind eine Minor-Form erben. Und zu 25 Prozent kann es ganz gesund sein. Meine Eltern sind Träger der Thalassemie-Minor. Es müssen ja beide Eltern Träger sein, damit man eben zu einer Thalassemie-Major kommt, aber das war ihnen nicht bewusst. Dass Eltern noch überrascht sind, ja, das gibt es, weil das Wissen in der Breite der Bevölkerung, vor allen Dingen natürlich in der Bevölkerung mit einem Risiko, Kinder zu kriegen, die solche Erkrankungen haben, weiterhin sehr gering ausgeprägt ist. Neben der klassischen Einteilung in Minor, Intermedia und Major unterscheidet man die Schweregrade der Thalassemie inzwischen auch häufig einfach zwischen transfusionsabhängig und nicht-transfusionsabhängig. Transfusionsabhängige Menschen, also solche mit einer Major- oder auch mit einer Intermedia-Form, haben zunächst Symptome einer Blutarmut. Das sind blasse oder gelbliche Haut, Müdigkeit, rascher Herzschlag, Atemnot bei körperlicher Aktivität, Vergrößerung von Leber und Milz oder Entwicklungsstörungen. Das Knochenmark wird krankhaft überaktiv. Dadurch entstehen Veränderungen im Knochenwuchs, wie zum Beispiel eine Vergrößerung des Schädelknochens, eine vorgewölbte Stirn, Oberkiefer und Jochbein, Verbiegungen von Rippen und Wirbelkörpern, erhöhtes Risiko für Knochenbrüche, Knochenschmerzen oder Osteoporose. Vor allem bei transfusionsabhängigen Menschen entsteht ein weiteres Problem. Es ist zu viel Eisen vorhanden, das sich nicht mehr von selbst abbauen und verschiedene Schäden im Körper anrichten kann, wie etwa Herzmuskelschwäche und Herzrhythmusstörungen, Leberfunktionsstörungen, Zuckerkrankheit, Kleinwuchs, verzögerte Pubertätsentwicklung, Schilddrüsenunterfunktion und Störungen des Vitamin-D-Stoffwechsels. Doch woher kommt der Eisenüberschuss? Zunächst kommt er durch das zusätzliche Blut, das die Patienten regelmäßig transfundiert bekommen. Mit jeder Transfusion, die ich gebe, kriegt der Patient 200 Milligramm Eisen. Normalerweise nimmt man 2 Milligramm Eisen am Tag mit der Nahrung auf. Das heißt, in einem Beutel ist schon mal das Hundertfache an Eisen von dem, was wir sonst aufnehmen. Und erwachsene Patienten kriegen häufig zwei oder drei Beutel. Außerdem hält der Körper die Blutarmut für einen Eisenmangel und versucht, dies auszugleichen, indem er vermehrt Eisen durch die Nahrung aufnimmt. Zusätzlich werden besonders viele Blutkörperchen produziert. Leber und Milz müssen auf Hochtouren arbeiten, um sie wieder abzubauen. Wie wird die Beta-Talassemie diagnostiziert? Die Beta-Talassemie wird durch eine einfache Blutuntersuchung festgestellt. Bei Ungeborenen geht das durch eine Gewebeprobe aus dem Mutterkuchen. Pränatale Diagnostik soll innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen stattfinden. Das heißt, es ist umso wichtiger, dass Eltern, die wissen, dass sie beide Träger sind für die Thalassemie und die Kinderwunsch haben, rechtzeitig mit Gynäkologen und Humangenetikern sprechen. Welche Behandlungen gibt es? Zunächst bekommen transfusionsabhängige Menschen regelmäßig Bluttransfusionen. Je nach Schweregrad kann das alle zwei bis drei Wochen oder seltener sein. Zusätzlich müssen Medikamente genommen werden, die das Eisen wieder aus dem Körper entfernen. Sie heißen Chelatoren. Wenn diese Therapie gut befolgt wird, können viele Schäden vermieden werden. Die Beta-Talassemie-Major kann durch eine Stammzelltransplantation geheilt werden. Dies setzt jedoch voraus, dass der Patient einen passenden Spender hat und noch keine Schäden vorweist. Die theoretische Wahrscheinlichkeit, dass man einen Spender hat unter seinen Geschwistern, liegt bei etwa 25 Prozent. Für besondere Formen der Beta-Talassemie ist 2019 eine Gentherapie auf den Markt gekommen, die einen ganz neuen Ansatz verfolgt. Sie behandelt den ursächlichen Gendefekt und soll Patienten die Chance geben, lebenslang transfusionsfrei zu werden. Die Chancen auf eine vollständige Heilung der Beta-Talassemie sind zwar zurzeit noch gering, jedoch steigen Lebenserwartung und Lebensqualität durch neue Medikamente, eine verbesserte Behandlung und durch Aufklärung kontinuierlich. Patienteninformationen tragen einen wichtigen Teil dazu bei. Informier Dich jetzt! Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, einen kleinen Überblick zu bekommen, was die Talassemie eigentlich ist. Und wenn ihr keine weiteren Videos von uns verpassen wollt, dann klickt doch gerne abonnieren. Das Video hat euch geholfen, was die Talassemie für das ist. Ich redeh, es gibt ja auch wirklich eine neue 충분hation. Auch die man- und die Aufmerksamkeit von uns verpassen soll.